Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo hier auf RR Goalie 1. Ja, ich fange erstmal so an, ich habe hier die 1000 Likes auf Facebook nun erreicht. Seht ihr, boah, was macht denn das? Seht ihr hier 1000 Likes, haben wir endlich mal da stehen und passt auch gerade genau. Hat nicht noch einer geliked oder mal abgeliked, das wäre nämlich scheiße. Und ja, dazu passend ist dann mir gestern noch etwas gelungen, was mir bisher noch nicht gelungen ist. Und zwar habe ich Liga 1 erreicht, das habe ich dann gestern Nacht direkt mal gepostet. Irgendwann war das vor 8 Stunden oder so, wann war das? Jetzt ist das Ding, war das vor. Wie viel Uhr haben wir? 11. 11. 11 Uhr und jetzt hier, ihr seht, ich bin in Liga 1 aufgestiegen, das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Aber jetzt habe ich es endlich mal geschafft, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe. Und war schon echt krass, jetzt hat ihr irgendjemand drunter geschrieben, Weltwunder gibt's. Hallo, irgendwann muss man es ja mal schaffen und was kann ich dafür, wenn ich das eben nicht geschafft habe. Ich bin so auf den Liga 2 gewesen, jetzt habe ich es endlich mal geschafft in Liga 1 aufzusteigen. Habe dann hier mit Real Madrid die letzten zwei Spiele gemacht und habe dann auch noch gewonnen. Hat dann irgendwie gut geklappt, hatte auch ein bisschen Glück dabei, aber im Endeffekt bin ich sehr froh darüber. Ebenso wie über die 1000 Likes auf Facebook. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe immer noch meinen Twitter-Channel oder so. Also wer da irgendwie was machen will, wer Twitter hat oder so, kann mir ja gerne folgen. Ansonsten sind es hier eben die 1000 Angaben, die Liga 1. Vielleicht mache ich mal noch ein Spielchen in Liga 1 oder lade das dann einfach mal hoch. Passt jetzt auch perfekt zum Start von FIFA 13, der ja jetzt in zwei Tagen ist. Und ich denke mit FIFA 13 in Liga 1 aufgestiegen zu sein, da hat man Winsmann schon mal eine gewisse Basis. Da kann man sich schon mal ein bisschen freuen, hat man ein bisschen mehr Motivation, um bei FIFA 13 direkt mal Vollgas zu geben. Ja, das war es jetzt an Informationen. Ich danke erstmal fürs Zuhören und fürs Zuschauen und sage einfach bis zum nächsten Mal, euer Alex. Auf Wiedersehen.